hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal hier bei holilol und ihr seht es vielleicht schon im hintergrund batman ist im haus und der alpha hallo alpha ich grüße dich moin holi so und ihr seht schon beide batman autos und das hat auch einen grund das hat auch einen grund aber bevor ich den grund sage leiten kommentieren abonnieren und natürlich in die video beschreibung schauen beim twitch account folgen und jetzt zeige ich euch den grund warum wir heute batman sind und es heute ein samstags video gibt es ja auch relativ selten denn batman ist zurück im itemjob die preise kann ich euch nicht sagen einfach siehst du die preise eigentlich gute frage warte bei mir steht nur im besitz deswegen kann ich nicht zu den preisen sagen wo ist er denn hier ist der batman ja was kostet das komplette wandel um das komplette wandel kostet 4000 credits 4000 also hier das komplette ich zeige euch das mal das komplette wandel mit dem badmobil von 2022 badmobil von 1989 badmobil von 2016 so dark nights tumblr alle vier badmobile die tor explosion die dazu passenden dann haben wir hier noch die aufkleber die real life aufkleber auch passend zu jedem auto und das komplette paket bekommt ihr für zweit 2400 credits also falls ihr noch kein badmobil habt ist das ein absolut gutes angebot glaube ich aber das gucken wir jetzt gleich was kostet denn das das neue badmobil also dass die badmobile wenn du die einzelnen kosten die jeweils 1100 credits jeweils 1100 mit dem dazugehörigen die kill also aufkleber und der tor explosion ja und dann kann man noch alle vier explosionen 4500 credits kaufen und genau hier könnt ihr seht jetzt wenn ihr nur die drei explosion haben wollt 1500 credits heißt also 123 1400 und wenn ihr das große bandel kauft 4000 spart ihr also 400 credits habe ich das richtig gerechnet ja 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 und was auch wenn ihr euch das kauft sagt doch mein creator code ein poli lol dann unterstützt ihr mich ein bisschen ich würde mich sehr darüber freuen und ja bedanke mich im voraus und wir wollen natürlich auch wir sind nicht umsonst zu zweit hier halt stopp stopp ich habe die gratis items vergessen alpha wir haben hier banner hier mexikanische banner aztec latina wie es da latina eine spielerhymne und einen spieler titel goal gratis holen wir uns mal direkt habe ich noch nicht nehmen wir mit ok 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 alles mitgenommen gratis ist immer am besten gratis ist immer am besten gratis nehmt euch mit so jetzt war ich aber gerade stehen geblieben warum bitte zweit hier sind wir wollen natürlich auch eine runde spielen mit den badmobilen bist du bereit alpha ich bin bereit dann machen wir eine kleine runde 2 versus 2 und mal schauen wie batman sich schlagen wird geht schon los guck mal wahrscheinlich gut ja muss ja ist mein controller an ja ja gut das ist schon ein bisschen schiss weil ich muss jetzt einmal andrücken dann geht er es an so habe ich der geht direkt nach vorne aufnahme läuft ja aufnahme läuft sehr gut ja ihr lacht jetzt da vielleicht vor dem bildschirm aber ist mir schon passiert ist mir schon passiert wo ich finde das sehr wendig dein weltmobil hat glaube ich eine domino sidebox und meine oh gott meiner ist glaube ich plank nämlich das richtig im kopf ja der markt werden wir nicht der hat mich einfach zerstört so hätte ich das gefällt mir nicht online warum bin ich nicht da gewesen das war schlecht von mir aber kommt ja keine ahnung dass die sie nicht treffen ich habe einfach nur gehofft dass der dran vorbeifliegt hat doch geklappt auch die nur noch mitnehmen ja weiter geht es 1 0 führung ich habe den fliegt ein bisschen spät gemacht wie sehr spät ist gut ist gut ist gut was machen die denn da was machen die denn da die sind irritiert von unseren bett mobilen hier ich merke schon den eingebarmt schön für dich ja der ist drin na ja so muss das laufen wir haben neue mainautos würde ich mal sagen ja ja guck mal guck mal wie ich ihn rein machen wie dieser profi und der pass der pass also das war profi gameplay vom feinsten als wenn du nie was anderes machen würde das richtig richtig nicht aber leute denkt daran neben meinem twitch account folgen weil ab dem 22 naja gut nicht ab dem 2 ab dem 23 dann denke ich wird es da fifa geben bin dachte der team hoch gespielt also fc 24 und da wird es auch wild einfach schon aufgespannt liefer ich freue mich schon richtig ich habe zwei jahre jetzt kein peter gespielt nein schade der andere die noch habe ihn gebannt er fliegt noch also jetzt nicht mehr aber da werde ich ausgespielt alles gut wir müssen ja auch mal ein gegentor kriegen damit er auch sehen dass wir auch gegner haben und die keine bots knapp knapp hat ja fast geklappt hat ja fast geklappt ja davon lassen sie unterkriegen quatsch nah zu weit warum ist denn nicht zum ball gefahren muss er den hingefahren ja den einen den habe ich noch geboren der der andere da pass auf der da der dringste deko er wollte ja zum bus wo keiner war aber der sieht doch der ball nicht vom tor der kann doch nicht reden wir nicht drüber ich meine irgendwie können froh sein wir wir sagen noch nichts zu der ist drin oder ja klar ein paar schön liegen lassen den ball sehr geil und deswegen leute müsst ihr immer verloren beim kickoff ich habe das auch ist von der weile nicht gemacht aber das ist sehr viele nicht eine gute sache ist das ich habe auch erst gedacht ob das was gibt mit dem verloren aber ja ich versuche er wollte mir abhauen und ich habe halt immer hin und her gewechselt mit der kamera um zu gucken wo du jetzt gerade bist damit ich auch nicht im weg fahre haben sie doch schon aufgegeben da haben wir leute batman ihr habt es gesehen holt euch das batman paket mit meinem creator code holi lol dann spielt ihr auch so gut vielleicht keine garantie angaben ohne gewehr ja alpha hat spaß gemacht ja war lustig hast du noch irgendeinen tipp für die leute nesca vielleicht das nesca band könnt ihr euch noch holen ja wem es gefällt klar hier zum beispiel gibt es auch die aufkleber nur so mal jetzt hier können wir ja noch mal drüber sprechen die aufkleber für den für den octane für den fennig und für den die dominus für dominus so falls ihr da bock drauf habt natürlich auch gerne mit meinem trader gut ganz ganz cool aus dass wo die wo die weißen aufkleber sind finde ich ja das ist richtig hier da der creator code holi lol ein tippen würde ich sein und mich ein unterstützen dank im voraus einfach ich möchte mich bedanken dass du bei diesem kleinen video dabei warst ja gerne bei dem kleinen batman vorstellungsvideo ich hoffe euch hat auch gefallen ja wenn es euch gefallen hat daumen nach oben ihr wisst das abo daumen nach oben wem erzähle ich's gewiss das alles genau gut dann möchte ich euch verabschieden also ich möchte mich bei euch verabschieden und bei dir einfach möchte mich auch verabschieden ja schönen samstag noch und genießt das wochenende hau da rein bis zum nächsten video ciao